Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Ich habe kein Video, ich habe einfach keine Motivation, ich mache es gerne Routinen in meinem Leben zu haben, ich liebe es außer Haus zu kommen und das ist alles nicht gegeben, okay, ich leide wirklich darunter, unter diesem Knockdown, aber ich meine, ich halte mich wenigstens dran, im Gegensatz zu, warum kam so lange kein Video, weil ich ohne Motivation nicht wirklich arbeiten kann, ich möchte mich nicht hierzu zwingen, ich habe mich noch nie dazu gezwungen, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht weiter im Sponsoring hinterhergerannt bin, weil ich mich nicht dazu zwingen will, mich nicht dazu zwingen müssen will, Videos zu machen und ja genau, das ist es, ich mache Videos, wenn ich lustig bin, wenn ich Lust darauf habe, Videos zu machen und nicht, wenn ich mich da dazu verpflichtet fühle, dementsprechend dachte ich mir mal, hey, ich habe mich dazu verpflichtet gefühlt, ein neues Video zu machen, also hey, und ein bisschen Lust habe ich sogar, also heute haben wir DragonMade und das Deck ist ziemlich underrated, ich muss sagen, es ist eins meiner Lieblingsdecks geworden, ja, das sind Ultrapostleaves, ich habe sie echt unterstützt, okay, die sind, die sind im Nachhinein doch echt schon ziemlich gut, ne, die kamen eigentlich mit einem Mistcard, die man hier sehen kann, aber merkt man nicht beim Mischen, rutschen nicht in der Hülle rum, die sind, äh, seitenmäßig ist mir gar nicht angeschaut, sind alle Turnierleger halt tatsächlich, die sind seitenmäßig alle, ähm, ja, alle ziemlich eben, also gefällt mir, gefällt mir wirklich gut, ich habe mir drei Packen gleich davon gekauft und ich bin begeistert, ehrlich gesagt, ich habe Ultrapostleafir schlechter in Erinnerung, du kannst auch damit voll toll Busch machen und das ist toll, äh, an dem Punkt muss ich definitiv einen Timestamp einfügen, ich wollte eigentlich am Anfang das Video sagen, yo, ich gebe euch einen Timestamp, das habe ich dann irgendwie behauen und jetzt rede ich doch so viel, ähm, ja, wie dem auch DragonMade mache ich sehr, sehr gerne, ich muss aber gestehen, ich habe jetzt nicht mehr so viel Bock drauf, ich habe es jetzt wirklich, wirklich lange ausgiebig online gespielt und immer, weil mir Hospitality gefehlt hat, äh, konnte ich es halt nicht spielen und Shamebar habe ich dann im Endeffekt sogar für über 100 Euro das Playset, äh, nicht das Playset, nicht nur das Playset, zusammen mit Ghostbell gekauft, im Endeffekt war es richtig, weil ich dann mit Scheiß 4 Plus gemacht habe, aber die Idee mag es sein, warum ist das Mikrofon scheiße, nun, ich kam noch nicht mal dazu, das alte wegzuschicken, ich habe noch nie ein Paket verschickt und ich habe mich deswegen immer weiter davor gedrückt, heute werde ich mal dieses blöde Etikett da ausdrücken, das ist anscheinend eine vorfankierte Briefmarke und das dann hoffentlich morgens schon zur Post bringen, damit ich auch morgen Karten mache, Kramen, Wecker und Karten, shoppen mir auf Karten, shoppen mir auf Karten, shoppen mir auf Karten, vorbei, shoppen mir auf Twitter vorbei, abonniert den Kanal, für gute Videos, fangen wir an, dieses Deck hat getoppt in der OCG, dort spielen sie es allerdings ein bisschen anders als hier, dementsprechend allerdings, wir haben hier den Schallinterfield Center und wir steigen jetzt einfach mal ein, wir spielen dreimal Küchen Drachenmädchen, die uns eine Dragon Maid sucht, wenn sie genorred oder gespecialt wird und danach ein Dragon Maid Monster abwirft, warum ist das gut, das tut uns ein Dragon Maid, ist ein Winter Out, ist ein Vanity's Ruler Out, wobei viele Leute nicht mehr Vanity's Ruler spielen, ich spiele immer noch die Pink Hack, um Vanity's Ruler zu outen, und Winter auch, weil das Outet gleichzeitig auch Winter und das ist nicht schlecht, so ein Search-Nible-Dings da zu haben, also Kitchen, Outet Stuff, ist cool, ist cool, gerade, wenn ihr euch sagt, habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, das zu sehen, ich glaube in 35, 37 Prozent, die zu sehen, plus für Spiele Upstart, also, wuhu, nicht schlecht, äh, dreimal Parlor, die erste von den beiden, Two-Card, äh, One-Card-Combos, äh, One-Card-Combos, äh, One-Card-Combos heißt in dem Deck übrigens, Seal Pass, denn Seal, das klingt jetzt nicht stark, aber das ist so eine mächtige Interruption und es gibt uns so viele Follow-Up-Place, und das ist einfach insane, und Parlor ist eine der Karten, die genau das enabled. Fun Fact, weil eben jede Dragon-Made einfach in einen, äh, Striker-Dragon konvertiert werden kann, finde ich Dragon-Made doch mal eigentlich auch ziemlich cool, und ich glaube, ich werde dazu gleich, das ist eine 60-Karten-Variante, die ich deutlich lustiger zu spielen finde, als das hier jetzt, so, das ist ja 40-Karten-Relativ-Standard-Dragon-Made, und, ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich gleich im Anschluss dazu hier ein Deck-Profeil von aufnehmen, wenn ich, ich mag die 60-Karten-Variante deutlich lieber allgemein, ich finde diese 40 nicht mehr so interessant zu spielen, ich meine, sie ist interessanter als Altergeist oder sowas, so ein Altergeist ist schon relativ cool, ich finde das Deck definitiv cool, aber 60-Karten, ne, ich nochmal eine Schippe drauf, aber ich bin auch allgemein in letzter Zeit ein Fan von 60-Karten, also ja, Parlor ist klar, ich rede wieder viel zu sehr an der Karte vorbei, Parlor ist gut, Parlor war mal teuer, und, äh, ja, wer Dragon-Made-mäßig was spielen will, klar, warum nicht? Äh, drei Shame, oh, sorry, erst Nurse, hä, hä, äh, eine Nurse, das braucht ihr, braucht ihr auf jeden Fall, ihr könnt zwei spielen, macht aber an sich als Opener überhaupt nichts, ab Turn 3 wird die Karte extrem relevant, aber, also, ja, ihr müsst pick your poison, ich hab, ich bin einfach bei einer geblieben, um mehr Platz zu haben, ihr könnt auch den Upstart droppen für die zweite, ich finde, in der 40-Karten-Karte, in der 40-Karten-Variante reicht Nurse vollkommen aus auf 1, ehrlich gesagt, also, wow, na, das finde ich cool, und, äh, drei Chamber, Dragon-Made, ihr braucht wirklich drei, es tut mir so leid, na, für alle, für all die Budget-Spieler, ja, die Karte war so lange bei 5 Euro, und ich dachte, ich weiß noch, wie ich zu Anime Palace erzählt hab, so, als er Atko jetzt irgendwie eine Woche draußen war, ja, ich muss mir noch Chambers holen, hab ich mir gesagt, jo, die wird wahrscheinlich nicht, äh, oder zwei Wochen, äh, die wird wahrscheinlich nicht, äh, viel weiter steigen, kannst dir auch eigentlich noch Zeit damit lassen, er hat sie im Endeffekt bei 5 oder so, glaub ich, gekauft, noch bei 8, 6, 7, irgendwie so um den Dreh, okay, und dann wollte ich mir Dragon-Made bauen, weil ich das Deck-Pro-5 bei Team Kings of Games gesehen hab, weil das mein Lieblings-Jurie-Tuber ist, und ich alle seine Decks, basically, die er jemals gespielt hab, auch irgendwann mal angespielt hab, sogar Salamandrate, okay, ich hab wegen ihm angefangen, Salamandrate zu spielen, nicht nur wegen ihm, weil, ja, und dann war die Karte bei 15 Euro, und Hospitality bei 10, und ich hab gewartet, weil ich mir dachte, jo, wenn Chamber auf, äh, die kaufe ich mir mein Playset, ja, hab ich gewartet, sie war bei 21, hab ich gewartet, sie war bei 23, hab mich echt angepisst, hab ich noch ein bisschen gewartet, ein paar Tage, oder war sie bei 26, oder irgendwann war's mir echt zu blöd, sie war dann irgendwie stabil bei 26, 27, ich hab sie dann in mein Playset bei 21 bekommen, ja, das ist, äh, oder 22, glaub ich sogar, das ist furchtbar, ne, jetzt, aktuell ist sie bei 30, das Stück, wenn ihr ein Playset haben, weil ihr braucht ja ein Playset, logischerweise, das tut mir so leid, und das ist wirklich nur, weil Dragon-Made so gut ist in den OCG, im TCG macht's ein bisschen was, aber, ja, ein paar Tops halt in der Hand voll, im OCG ist es Meta, straight up, aber die haben ja auch Trust of Designator und Maxi, und deswegen ist das allgemein besser, aber, ja, das ist mehr so ein Build, der Richtung OCG geht tatsächlich, also weniger, ein bisschen mehr weg vom TCG, ich bin kein Fan von Black Metal Dragon, obwohl es halt nice wäre als extra Starter, äh, aber wie gesagt, ja, ihr braucht drei Chambers, tut mir echt leid, ähm, ja, dann die großen Drachen, ein Lorper, discardet sich, äh, sagt, die Karte kannst nicht aktivieren, die ich, also, discardet sich, ich bete eine offene Karte auf dem Feld, sagt, die kann diesen Zug nicht aktiviert werden, mein Bruder, und das ist, äh, trauriger Smiley, und dann halt unser Out gegen Winda und Vanity's Ruler, äh, discardet sich, und gibt eine Dragon-Made 2000 ATK, wenn der Gegner Winda hat, könnt ihr einfach, äh, äh, Kitchen, Search, Hünke, machen, und dann, äh, Battle-Face, swatten die aus, äh, wenn der Gegner allerdings Vanity's Ruler hat, müssen wir wirklich so das Minusplay machen, äh, Normal, Add-Z, discard dann eine, was halt wie das sagt, und dann, äh, Damage-Step, discarden wir Hünke, Tarek und Kitchen, und dann, na, können wir über Vanity's Ruler bieten, also, ja, denkt dran, bei Winda könnt ihr die auch specialen, ja, das ist, äh, das ist das Ratio, warum spiele ich keinen Rentner-Wachs-Keks? Ernus, warum spiele ich keine Ernus, ähm, ich finde ihn nicht gut, die Tarek geht Minus-Einsen von der Hand zu specialen, wäre nur mehr oder weniger ein Extender, das Problem des Sechs ist, ihr habt nicht genug Starter, und nicht, äh, und dass die Powerplays nicht allzu stark sind, beziehungsweise, dass ihr keine möglichen Powerplays habt, außer der einen Fusion unter Ziel, und wenn Ziel gegen ein Deck mal nicht effektiv ist, hat dieses Deck ein ziemliches Problem, gut, dass Ziel gegen fast alles effektiv ist, aber, ähm, ja, Problem ist, Starter sind zu wenige, deswegen spielen ja so viele Leute Black Metal Dragon, weil es einfach ein guter Starter ist, aber, ja, Ernus macht das nicht, Ernus ist einfach, äh, Leute, ich gehe Minus-Einsen, special eine von der Hand, die du auch nächsten zu specialen könntest, oder die halt dein Follow-Up-Zug drauf wäre, so, ja, ist okay, aber, würde ich nicht spielen, nicht, nicht in dem Control-Deck, dann, äh, Briggs, ein Goliath, doof, wenn wir sie ziehen, aber wir können sie wegfusionieren, ein Dark Magician, doof, wenn wir ihn ziehen, können wir nicht wegfusionieren, äh, und ein Red Eye, die beiden hier bricken nicht so hart, ja, vor allem, der Red Eye ist lustig, wenn ihr ihn einfach wegfusioniert für eine Shiu, da, Shiu braucht eine Stufe 5 oder höher, Drachen plus ein Dragon Maid, was ist das, was ist das, deswegen Briggs'n die halt weniger, gerade Goliath, äh, bei denen wäre ich eher ein bisschen vorsichtig, die wegfusionieren, wenn ihr gegen was, äh, was spielt mit vielen Handtraps, oder was noch Established Board hat, und ihr habt noch nicht das Ganze weggechonkt, dann würde ich mich nicht unbedingt trauen, in Anaconda zu gehen, aber das ist basically common sense, wenn ihr gegen, wenn ihr ein Dragoon-Deck spielt, also, ja, die drei Briggs spielen wir, und dann eben Handtraps, drei Ash, drei Bell, Bell ist einfach der Star, dieses Format, und so was, ja, drei Impermanence, hab ich jetzt nicht dazu gelegt, neun Handtraps find ich fein, ich spiel halt immer noch gerne Impermanence, weil es halt alle Rogue-Decks betrifft, ich weiß, es ist nicht so geil gegen, ähm, gegen Virtual World und, äh, und, und, und Triadron, und das sind halt die besten Decks, und gegen Eldritch jetzt auch nicht, aber gegen, basically alles andere ist das hier ziemlich gut, und ich, ich spiel wirklich, keine, ich spiel nicht mal Locals, es gibt keine Locals. Vielleicht werde ich beim JK Entertainment Yu-Gi-Oh! mal, äh, Locals mitspielen, aber dann würden wahrscheinlich alle Leute auf einmal meinen echten Namen wissen, werde ich auch kein Fan von. Also, ja, weiß ich nicht, ähm, wie dem auch sei, und ich hab kein Paypal, daran wird's auch scheitern, ähm, aber, das sind Handtraps, also, ja, vielleicht trefft ihr mich irgendwann mal dort an. Äh, Spells! Drei Hospitality, ihr braucht drei, es tut mir schrecklich leid, mit zwei kommt ihr nicht wirklich davon, weil ihr dann kein Grind-Game habt. Erstmal, dickes, fettes, verfickt fettes Shoutout an Orfegel aus dem Yu-Gi-Oh! German Amino. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, äh, Jürgen Gott, der entstammt aus dem Yu-Gi-Oh! German Amino. Das war die erste Community, die ich hatte. Und ganz viele an meine Abonnenten kommen von dort, also Shoutout, wenn ihr von dort seid, schreibt's in die Kommentare, rap your city, rap your, äh, Amino, ha, crazy. Und, ähm, der gute Orfegel dort, den kennt man dort eigentlich nicht wirklich, der ist, glaube ich, einer der neueren. Er hat mir einfach drei Hospitality geschenkt, weil ich so lange drauf gewartet habe. Ich wollte mit ihm tauschen, und er meinte so, yo, ich hole mir Hospitalities für dich ran, gib mir ein bisschen Zeit. Hole ich am Mittwoch ab. Dann habe ich ihn dort irgendwie, ich glaube, am Donnerstag oder so gefragt, meinte er so, yo, bin krank, ich liege jetzt erstmal flach, konntest du die nicht abholen, tut mir leid. Und dann, äh, habe ich ihn nochmal irgendwie eine Woche oder zwei Wochen später gefragt, meinte er so, okay, ja, ich hab sie jetzt, äh, tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, ich schenke sie dir einfach. Er hat's wirklich getan. Bruder, Ehrenmann, und das hat ja nicht gereicht. Er hat einfach noch eine Red Art Fusion in Super Rare, die ich sowas von verkaufen werde, es tut mir leid, aber ich, ich, ich werde das Dragoon Package sowieso früher oder später abtreten, äh, eine Red Art Fusion in Super Rare und, ähm, ein Dark Edition Girl Lost Art gegeben. Problem ist, was ich damit getan habe, das, das muss ich jetzt kurz zeigen. Das ist das Problem daran, äh, das ist meine Lost Art Collection mehr oder weniger. Er hat es leider zugeklebt gehabt. Und ich hab's versucht, das zu lösen. Und dabei ist, äh, ein, ein winzig kleiner Rissensplastik hier kam, warte, wo ist das? Hier. Und ich befürchte, das ist jetzt um einiges weniger wert. Man kann's ja nicht auf der Kamera erkennen, aber hier, ne, ist doof, ne? Ist auf Garth, mach ich das günstiger drin als die normalen, aber, ja, wie dem auch sei. Ahem, back to business. Meine Kamera ist bald leer, dementsprechend machen wir jetzt einfach mal schnell durch, geh auf. Hospitality braucht man auf drei. Äh, einmal die Fusionsbrille reicht auf eins. Würde ich auf zwei spielen in einem 60-Card-Bild. Definitiv. Extender. Drei Guardraggen. Nicht nur ist das einfach eine geile Rebound für alle kleinen Dragonmates, sondern außerdem verschiebt das und Enabled Guardraggen plays. Wir sind allerdings nicht abhängig von Guardragons und wir sind auch nicht abhängig von Guardraggen, um in Guardraggen zu gehen, wenn ihr versteht, was ich damit meine. Wir können auch so in LP gehen. Was will ich damit sagen? Ja. Äh, drei Burial Goods. Eigentlich auch nur ein Extender. Ist ein bisschen, äh, sucky, weil, die gesagt, das funktioniert nicht wie ein Starter, so wie ein Volkswagen oder so, aber ist fein. Ist fein, okay. Äh, ich hätte die Super-Ref von dem guten Aufergill hier reinpacken können, hab's aber nicht getan, denn ich hab sie einfach auf Guardraggen gestellt. Wie gesagt, Schattenweig, Wurkengott, haha. Ähm, Abstart. War Filler. Ich wollte eigentlich die Dragon Mage Continuous Spell spielen, die Favorit auf Erde, die finde ich ganz cool. Hatte ich mir auch eigentlich herangeholt. Ich hab sie aber verloren. Toll. War die ganze Set in dieser Box drin. Finde ich jetzt nicht mehr. Ich hab keine Lust, meine ganze Sammlung für eine scheiß, für einen scheiß One-Off durchzuschauen, bei dem mir jeder in den Kommentaren sagen würde, hey, du Huren so fick dich, die spielt man nicht. Also ja. Äh, dann einmal, wenn die Fallen, Pause der Dachemmädchen. Finde ich cool zum Grinden, gerade gegen Elptisch einfach insane. So gegen, gegen, Elptisch kann zwar gut grinden, sehr, sehr gut, aber nicht lange. Dieses Deck hier kann nicht allzu gut, so mittelmäßig grinden, aber sehr lange. Und die Card hier ermöglicht genau das. Und wenn ich nicht eine Ressource verschwendet, um die wegzuhauen, dann ist es mir egal, ich brauch sie nicht zum Grinden, aber sie ist so das, das kleine Plus, was ich noch dazu bekomme, ja. Jeden Zug was suchen oder eine Spell und Trap bouncen, ist schon nicht schlecht. Ich mein, wer ist das Schürti? Baut einfach mehr Druck auf in einem Grindgame. Finde ich cool. Und, äh, dreimal die Falle, die jeder auf drei spielt. Nicht nur eine Interruption, sondern auch der wichtigere Effekt ist ein Extender, wenn man sich von Friedhof banisht. Top Karte, ich wünschte, man könnte fünf davon spielen. Ja, fünf wäre die richtige Rage, aber ich darf ja leider nur drei spielen. Ha ha ha, fickt euch, Juri-U, Männer, ha ha ha. Und, ähm, Honesty, deswegen, das wäre so der einzige Grund, wirklich Omega in dem Deck irgendwie. Weiß nicht, wenn ich mal Omega in dem Deck bauen könnte, würde ich ihn spielen. Einfach nur, wenn sie gebänisht ist, zu recyceln. Das ist so die einzige Sache, die mich stört. Man kann die nicht recyceln, wenn sie gebänisht ist. Und auch nicht, wenn sie im Friedhof ist, also das ist Sacki. Er hat auch einen Friedhof schon mit der einen Sauberkarte, die niemand spielt. Ja, wir nehmen auch Slimei Deck 40 Karten, die wir zum Extra Deck 2 Haus, eine Shiyu, mehr braucht ihr Honesty nicht, weil die einfach alle aus dem Friedhof reviven könnten mit Hospitality oder alternativ Shiyu, Revived House. Ich würde nur zwei Haus spielen, weil ihr halt eine Haus mit Shiyu beschwören wollt und die andere Hartz sammeln wollt. Und wir haben nicht so viel Extra Deck Platz, deswegen halt nur eine Shiyu und außerdem ist die Expensive. Und ich, es reicht eine, okay? Ach, zitiert einfach das eine. Reicht. Äh, ein Dragoon, ha ha, crazy, yo, brr, der Access Code ist klar, Nightmares, ähm, weil das eben ein Control Deck ist, fand ich die halt immer noch cool, dann, wenn wir sie machen können, sind sie nice. Und ich, ich hab sie in Collectors, ich muss nicht jedem Deckprofiler mit flexen, okay? Auch wenn es auf der Kamera schlecht erkennbar ist, die sind schon schick, gerade Phönix, Unicorn nicht so. Anaconda ist klar, Gar Dragons sind klar, Striker Dragon, um ein, äh, um eine Dragon Mate auf Friedhof zu bekommen einfach und dann halt mit einem Extender, um den wieder rauszuspacke und dann in Seal zu gehen, Seal gleich zweimal, weil das ist sehr, sehr wichtig, machen wir halt einmal als First-Turn-Play und ein anderes Mal irgendwann down the line, in dem Duell, dann Crossroads, um Gar Dragons zu machen und I-Mirage, um Gar Dragons zu machen. Was wir eben machen würden ist, I-Mirage, wir schwören dann in seine Zone, LP, I-Mirage plus ein anderes Monster, geht in Crossroads, LP ist live. Und das ist die Kombo, wie wir das machen, das wollte ich nur kurz erklärt haben. Okay, und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr hierzu, äh, nein, nein, ich möchte eigentlich nicht wirklich, dass der Cut nicht wirklich heftige Kombos oder so, ihr macht Ziel und, und grindet. Das ist auch nicht allzu schwer zu spielen, also sehr, sehr empfehlenswert für Anfänger, die viel zu viel Geld haben. Also ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst es mich wissen, ganz viele Deckprofiles werden kommen, weil ich ganz, ganz viel über die letzten Wochen exzessiv online getestet habe. Und lasst mich wissen, wie euch das neue Intro gefallen hat. Bis dann, man sieht sich, tödlüh.